Musik Das ist Herr Krömer. Der ist Berliner und fährt das erste Mal nach Polen. Er hat sich vorbereitet, denn in Polen ist das Benzin billig. Das einzige, was er weiß. Wir treffen uns im Berlin-Warschau-Express. Ich werde Herrn Krömer Polen zeigen, denn ich habe 13 Jahre in Warschau gelebt, als deutscher Gastarbeiter und jetzt pendle ich immer hin und her. Mit mir will er es riskieren. Zehn Tage Polen. Das bin ich übrigens. Sie sind das, wa? Hallo. Kurt Krömer als Vellname. Steffen Möller. Ich bin verabredet. Herzlich willkommen im EuroCity. Ich war noch nie in Polen gewesen. Ne? Ich bin ja aus einer anderen Welt. Wir können ja direkt mal einen kleinen Sprachkurs machen. Ja. Was heißt die Suppe, bitte? Super. Super. Und vielleicht noch Danke. Das bringe ich Ihnen auch mal bei. Super. Danke. Was heißt Danke? Jinkui. Jinkui. Jinkui, super. Guten Appetit, Herr Krömer. Was heißt nochmal Danke? Oh, ich habe vergessen. Das geht mir auch immer gut. Jinkui. 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 Und sagen Sie mal, haben Sie ein Auto in Berlin? Nee. Achso. Ich dachte, Sie haben Ihr Auto extra zu Hause gelassen. Nein, ich habe keinen Führerschein gemacht. Ich habe aber hier zum Beispiel einen Kanister mit dabei, wo ich mir, weil das habe ich auch gehört, man kann billig tanken. Da hinten ist das Bristol. Was ist das für ein Gebäude? Das ist der berühmte Kulturpalast. Die vielen Wolkenkratzer, das hätte der Herr Krömer nicht erwartet. In der Plastiktüte habe ich übrigens ein Berliner Roggenbrot. Davon nehme ich mir immer eins mit, wenn ich nach Warschau fahre. Hier siehst du überhaupt keine Rentner. Es gibt hier keine Rentner in diesem Land. Das ist echt wahr. Du siehst nur junge Tänise. Und die Alten sind so, glaube ich, hier gerade. Wissenswertes. Wir Polen sind das jüngste Land Europas. Und obwohl an unserer Ostgrenze die Europäische Union endet, sind wir das Herz von Europa. Und unsere Hauptstadt Warschau ist eine der teuersten Städte Europas. Wir sind bekannt für unseren Nationalstolz. Und Polen ist weiblich. In der Kirche verehren wir Maria mehr als Jesus. Und unser Land ist unsere Braut, unsere Mutter, deren Ehre wir auf jeden Fall verteidigen. Wir polnischen Frauen sind nicht nur besonders hübsch. Fast nirgends in der Europäischen Union gibt es so viele weibliche Firmengründerinnen. Und das wird sie vielleicht auch überraschen. Die meisten Autos in der EU werden nicht in Polen geklaut, sondern in Italien. Plötzlich will der Herr Krömer die klassischen Sehenswürdigkeiten sehen. Die Altstadt, die St. Annakirche, die Siegesmundsäule und alles fotografiert er. Ich zeige ihm auch das Widerstandsdenkmal, das gehört dazu. Und das ist wieder der Kulturpalast. Das ist doch mal eine Empfangshalle. Die Warschauer haben bis heute ein gespaltenes Verhältnis zu dem Bau aus Stalins Ära. Viele Säle stehen leer. Hast du was gesagt? Ist das toll. Könnte ich mich dran üben. Ding Dong. Momentchen, ich komme. Ich bin im großen Salon. Und sagen Sie mal jetzt, Kommunismus ist halt seit 20 Jahren abgeschafft worden. Als was wird das jetzt hier nutzt? Hier sind heute Modeschauen und Agrarmessen, soweit ich weiß. Das war der Raum für wissenschaftliche Tagungen und für Parteisitzungen. Alles im Stil von 1955. Hier ist nichts verändert worden. Herr Müller, bleibst du doch mal kurz hier stehen. Herr Müller, können Sie mich hören? Ja. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören, Herr Krömer. Soll ich mal drücken? Ja, obwohl. Nachher ist das hier irgendwie so eine Folterkammer. Oder so, dann drücke ich auf den Knopf, dann wird das hier hermetisch abgeriegelt und dann wird das voll mit Wasser gelaufen. Und also, nee, nee. Ich komme wieder raus. Wissen Sie, was mich wundert, ist, dass keiner kommt und uns irgendwie eine Klage anhalt. Ja, das habe ich arrangiert. Ja, man hat immer das Gefühl, hier kommt gleich die Stasi um die Ecke. Ja. Ich hatte damals, als ich hier im Kulturpalast gearbeitet habe für das Goethe-Institut, eine Chefin, die war der Meinung, dass hier alles voller Wanzen immer noch ist, hat ihr angeblich der BND gesagt. Und deswegen hat sie mich auf den Korridor rausgezogen, oben im zehnten Stock und hat zu mir gesagt, Herr Müller, Ihre Kurse bei uns sind immer Dienstag und Donnerstags halb vier. Und was heißt das? Das heißt, dass sie ein bisschen verrückt war. Genau. Angeblich alles voller Wanzen. Na ja, kann ja sein. Kann ja nicht. Vielleicht haben wir gerade abgehört. Wie viel Meter fahren wir jetzt hier? Wie viel? 114 Meter fahren wir jetzt hier. 114 Meter in der Luft hoch. Ah, zahle, powert es mal, ile? Der ganze Palast ist 231 Meter hoch und wir fahren jetzt auf 114 Meter Höhe. Ich wohne im Stadtteil Muranuf. Das ist hier im Zentrum, ja. Was ist denn so, ähm, Wuranuf? Schickimicki? Nee, Muranuf ist ehrlich gesagt das Viertel, wo das jüdische Ghetto war während des Krieges. Da stehen ganz viele Leute, die wollen Autogramme haben. Jetzt haben sie mich erkannt, den Herrn Krömer kennt hier niemand. Aber das lässt sich ja ändern. Gut, Krömer! Ja, dziękuję вам. Das ist doch ein geiles Land, oder? Ich habe mich noch hier in der Zeit gefragt, warum sind Sie überhaupt bekannt? Weil ich in Polen in einer Fernsehserie gespielt habe, sieben Jahre L wie Liebe, sowas wie Sturm der Liebe, läuft zweimal pro Woche, hat zehn Millionen Zuschauer. Da wird jetzt gerade das höchste Hochhaus in Warschau gebaut. Das soll nur 40 Meter niedriger werden hier als der Kulturpalast. 200 Meter hoch. Und wenn du da eine Wohnung kaufen willst, kostet ab 7.000 Euro pro Quadratmeter mit Swimmingpool im Keller. 7.000? Ja, die Wohnungspreise in Polen sind teuer, weil alle was kaufen wollen, ist alles so teuer. Ja, und deswegen hat Warschau auch mit die höchsten Mieten in ganz Europa. Das finde ich jetzt ist ein Aspekt, der macht diese Stadt unsympathisch. Warschau steht westlichen Metropolen in nichts nach, doch Polen ist das Land der Gegensätze. Deshalb will ich Herrn Krömer jetzt mal das ländliche Polen zeigen. Gibt es denn was für uns, für unser Budget irgendwie? Hör mal, da haben wir einen Fiat. Natürlich in einem passenden Auto. Ja, bitte. Ja, da ist er ja. Was? Das ist hier polnisches Fabrikat. Ist das überhaupt als Auto zugelassend, das Ding? Ja, ist zugelassen, ja. Wollen wir nicht nochmal fragen, was der Holzheiß kostet? Jetzt fahren wir aufs Land. Zu den Roten Beeten. Zu den Roten Beeten? Ja, so nennt man etwas abfällig auf Polnisch die Landbewohner, die Boracki. Vielleicht deswegen, weil die Leute da immer rote Beter essen, also Barscht-Suppe. Borcht? Nee, Barscht, sagen die Polen mit A. Vielleicht ist das Barscht? Ja, in Polen Barscht. Das ist das Barscht. Wie sind die Barscht? Nein, nein. Das ist das Barscht. Das ist das Barscht. Der Bürgermeister hat die Polar aufgestellt und dann haben die Leute die Polar rausgerissen und dann hat er die Polar wieder einmontiert und einen Erdhaufen aufgeschüttet. Und dann muss man hierher kommen. Ich bin in der Liedsendung. Wenn ich hierher kommen kann, kann ich mit dem Motor oder Motorrad. Und dann muss man hierher kommen. Ja, muss man hierher kommen. Man muss hierher kommen, bis zum Trebieter oder Schwärzenich. Wie viele Kilometer sind? Um 12 Kilometer zu kommen. Warum nicht hierher kommen? Weil es hier nicht zu kommen. Sie machen das richtig. Ich mache das mit dem Fahrrad. Wie machen wir das? Können Sie mich nicht ein Stück mitnehmen? Jetzt schieben Sie mal hier zurück. Wir schieben zurück. Sie warten und ich hole Hilfe. Sie können doch gar nicht Auto fahren. Zurück. Wieso soll ich sie überhaupt zurückschieben? Weil ich keinen Rückwärtsgang habe. Das wird ja mal absurd. Er ist kaputt. Ihr macht hier sechs Poller hin, dann haut er da noch einen Berg hin. Sie hat mich erkannt. Ja? Dann kann ich sie abmachen. Und dann kommt die Hände in Deutschland. Ajak Panimana, Emir. Kascha. Kascha? Dovisenya. Dovisenya. Fassenhof, da sind drei Poller. Herr Krümmer, wir drehen dann mal den Wagen. Los! Aber ist egal, wir sind im Urlaub. Und wie davor. Sie müssen jetzt die Reifen einschlagen. Ja. Kiek mal die Fahrt alle mit dem Fahrrad zu machen. Hey, Herr Krümmer! Ist doch klar, da ist doch nur für Fahrradplatz. Kommen Sie durch! Hey, Herr Krümmer! Ich hol Hilfe! Hallo! Ich dreh doch keinen Polski, weil Sie keinen Rückwärtsgang haben. Ja, ja! Können wir gleich mal testen, wie gastfreundschaftlich die hier sind. Wir wollten mal fragen, ob wir mal reinkommen könnten, um mal zu gucken, wie sie hier so leben. Mein Kollege macht hier eine Sprache in Polen und wollte wissen, wie die Polen leben. Das ist Unterteiner von Niemiec. Können wir reinkommen? Können wir reinkommen? Können wir reinkommen? Und oben schlafen noch die Kinder. Ja? Ist es eine Großfamilie? Wszyscy razem, tak? Ja. Dwie Rodziny? Ja, genau. Wir sind in der Stadt. Können Sie uns deine Wohnung zeigen? Ja, bitte. Ich habe gefragt, ob wir die Wohnung sehen dürfen. Ja, gerne. Dürfen wir? Ja, ist doch wunderbar. Machen Sie gerade Mittag? Objad panigotujel? Ja, objad gotujel. Ah. Hühnersuppe und Hauptmahlzeit. War lecker. Ja, und andere Dany. Miesko, Ziemnacke, Pissrobetka. Fleisch, Rohgemüse und Kartoffeln. Können wir uns hier das Haus angucken, ist ja heiß. Sie will uns auch noch das Bad zeigen. Ja. Oh, die Kleine schläft, die Kleine. Mhm, aha. Ja, na, Moment. Korzystam i panimu podale. Ich muss mal ganz kurz was erledigen. Kommen Sie zurecht, Herr Krömer? Immer dziękuję. Dziękuję. Ach so, jetzt versteht natürlich nicht. Haben Sie das durch die Wand gehört? Ist egal, er hat schwache Blase. I don't know what it call in English. Augenblick. Herr Müller, ich komme sprachtechnisch nicht voran. Ich komme. Wir waren in einem Raum. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich komme. Was heißt denn der nächste Raum? Äh... Eventuality. 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 Ich verstehe das nicht, wir gehen jetzt einfach rein. Pssst. Nein, nein. Geben Sie mal eine Rückmeldung. Ich habe jetzt hier alle Räume. Ich hätte beinahe ein Kind auf ihr weg wegen mir. Weil sie sagte, weil ich das nicht sagen konnte, dass ich stehen möchte, dass ein Kind wach ist. Da kommt der Deutsche und will sie in die Kinder wach machen. Das ist die neue Technik in der Europäischen Union, sagt er. Normalerweise machen solche Sachen immer irgendwelche Berufssäufer hier aus dem Dorf. Die kriegen dann am Ende einen Wein dafür. War froh okay. Krakau ist die heimliche Hauptstadt Polens. Hier begann meine Liebe zu Land und Leuten mit einem Sprachkurs. Ach, wie schön, Herr Müller. Ja, herzlich willkommen in der Altstadt von Krakau. Herrlich. Toll, richtig viel lieben. Ja, hinter uns, da ist das Stadttor des heiligen Florian. Das ist auf jeden Fall die Florianstraße. Toll, ich bin... Kleinen Moment mit, ich möchte Ihnen nicht ins Wort fallen. Ich bin richtig begeistert. Bisschen leiser. Ach so. Es war besetzt hier fünf Jahre lang von den Deutschen. Reden wir ein bisschen leiser. Ich bin richtig begeistert. Ich könnte... Ich könnte schreiben, Frau Freude. Aber ist doch fällig. Als ich hier ankam, 93, hier war quasi Kommunismus. Überall stand nur in den Schaufenstern war immer nur ein Schild. Und da stand drauf, Obuwie. Obuwie. Ich dachte, hier ist Wahlkampf. Der Spitzenkandidat heißt Obuwie. Nein. Wie ich später erfahren habe, Monate später hieß das Schuhwerk. Schuhe. Schuhe. Hier gab es nur Schuhe. 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 Ach so, die verstehen mich ja nicht. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Doch Vorsicht. Manche Wörter führen auf die falsche Fährte. Der Kriminalist ist in Polen Kriminalista, der Verbrecher. Und Konkurs der Wettbewerb. Dieses L wird bei uns wie das W im englischen Weekend ausgesprochen. Deshalb nicht etwa Walesa, sondern Wałęsa. Und keine Angst vor den zahlreichen Zischlauten. Das Z gibt es im Polnischen gleich dreimal. Versuchen Sie doch mal zu sagen, Wszczeprze szynie szanscz bżmift szynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kann ich aus den Flügel? Ja, nehmen Sie sich ein. Kulmar. A co to za, co to za plak. Ja, karadasa. Karkowski. Karkowski. Klingt bei mir anders. I'm sorry. Dzień dobry. Konjak. Konjak. Ich hätte gern den roten. Wann ich zähle Wolli Cervone? Okay, no problem. Wollt ihr jetzt hier waschen oder was? Ne, es ist das polnische Allheimittel. Wodka. Konjak. 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 Zwei nehmach. Okay? Ja. Tequila? Ja. Tequila. Tequila można wlaz. Kann man, man kann auch Tequila rein gießen. Das ist also eine große Ehre. Wir sind nach Hause eingeladen worden. In der Ukraine hat er die Gasleitung gebaut. Ich habe ihn gefragt, was er beruflich macht. Das, was ihr mir geklaut habt, die Vögel. Ich habe aber bezahlt. Stimmt ja. Wenn er sich langweilt, dann erstickt er. Seine Frau, ich weiß es nicht genau, hat diesen Rand hier gehäkelt und er hat das dann bestickt. Was ist das für eine Tracht, die er anhat? Das ist die original Krakauer Tracht. Herr Krümmer, das muss sein in Polen. Tschüss. Moment, man darf nie in Polen über der Türschwelle die Hand geben, das bringt Unglück. Ach so, wie machen wir das? Gehen wir am besten vor die Tür. Hier. Aberglaube. Wir sind eigentlich nicht besonders abergläubig, aber heiraten sollte man nie in einem Monat mit einem R im Namen. Und auch nie an einem Montag oder Freitag, denn das alles bringt Unglück. Und es gibt bei uns einige Verhaltensregeln, die im Alltag unbedingt beachtet werden müssen. Wer einem Schornsteinfeger begegnet, sollte schnell einen Knopf berühren, denn das bringt Glück. Und Vorsicht, nie die Handtasche auf den Boden stellen, das Geld könnte dann schneller ausgehen. So, jetzt sind wir auch schon fast an der Marienkirche. Wir müssen uns nämlich jetzt das Trompetensignal Reinau anhören. Das ist immer zur vollen Stunde ganz wichtig. Und dann geht es das mittelalterliche Gebäude endlos nach oben. Der bläst sich schon ein. Was sind denn das für Treppen? Noch fünf Minuten. Wir sind hier auf dem höchsten Arbeitsplatz der Stadt. Gut, gut. Wie lange dauert ihr hier? 24 bis 24 Uhr. Wie lange dauert ihr hier? Ja, ganze Nacht. Das ist eine Veränderung, oder? Ja, genau. Ich bin jetzt ein Freund, weil ich einen Freund habe in der Vollzeit. Und ich habe keine Veränderung. Ich habe keine Veränderung. 24 Stunden. 24 Stunden. 24 Stunden. Wie lange dauert ihr jetzt hier? 24 Stunden. 24 Stunden. Heute Morgen halb acht hat er angefangen. Bis morgen früh halb acht. Jede Stunde viermal Signal spielen. Jetzt ist es elf Uhr. Es ist elf Uhr. zwei Uhr. Zahn, zwei Uhr. Zahn, zwei Uhr. Das ist der Pfeil der Tartaren. Die Legende sagt, dass dieses Signal gespielt wurde bei der Belagerung Krakos durch die Tartaren 1241. Und als sie morgens angreifen wollten, hat der eine der Trompeter gesehen, die greifen an, hat geblasen, aber ein Tartarenpfeil hat ihn in den Hals getroffen und deswegen bricht die Melodie Yeah ab. Herr Müller, Mensch, richtig nett mit Ihnen. Ja, ich finde es auch nett. Dann würde ich vorschlagen, dann sagen wir es doch jetzt auf Polnisch. Man redet sich auf Polnisch nicht mit Nachnamen an, kein Mensch sagt zu mir Möller, alle sagen Herr Steffen. Herr Steffen. Herr Kurt. Ja, wunderbar. Moment, man sagt auf Polnisch nicht Herr, sondern Pan. Pan. Pan Steffen. Pan Steffen, Pan Kurt. Pan Kurt, es ist mir ein Vergnügen. Nastrowie. Nastrowie. Nastrowie, Pan Kurt. Ist das so ein katholischer Radiosender, wurde begründet von einem Redemptoristenpater Anfang der 90er Jahre, so eine Art Sekte. Die katholische Kirche distanziert sich davon, weil diese Radio-Maria-Leute, so circa eine bis zwei Millionen Anhänger haben die, die hatten sogar 2005 Einfluss auf das Wahlergebnis, aber seitdem hat sich die katholische Kirche sehr von denen distanziert. Die sind gegen alles, gegen Juden, Schwule, Amerikaner, Russen, Deutsche, so Wendeverlierer, die irgendwie... Enggebliebene. Enggebliebene, die sich jetzt ihr nationalistisches Süppchen kochen. 95 Prozent der Polen sind gläubige Katholizisten. Ja, aber die haben nichts mit Radio-Maria. Radio-Maria, das ist so ein bis zwei Millionen Leute, die das hören. Katholizismus. Der Glaube hat bei uns viele Gesichter. Wir Polen lieben Traditionen und sind sehr gläubig. Wir lachen eigentlich über alles, aber niemals über den früheren Papst. Unser Landsmann Karol Wojtyla war für uns sogar eine politische Instanz. Der Solidarnośćführer Lech Wałęsa trug bei den Aufständen in Danzig einen sehr großen Kugelschreiber mit Papstbild vor sich her. Und während der Streiks war das Tor der Danziger Werft gepflastert mit Papst- und Marienbildchen. Ein echtes Hindernis für die katholischen polnischen Soldaten. Doch der Einfluss der Kirche ist nicht nur positiv. Vor allem die konservativen katholischen Medien haben bei uns noch großen Einfluss. Auf Druck der Kirche wurde der Sexualkundeunterricht unterbunden und das Abtreibungsgesetz wieder verschärft. Der Motor macht ruhige Gerüche. Ja, aber es ist echt komisch. Verdammt nochmal. Fahren wir hier. Ja, der riecht komisch. Hören Sie das? Ich kriege den und kriege den nicht auf höhere Touren. Das ist ja interessant. Der Wagen hat jetzt 29 kmh unten. Also es geht auch nicht mehr. Gibt nichts mehr hier. Fahren Sie mal rechts ran jetzt. Wer ist hin, der Wagen? Boah. Ey, da dampft es. Es dampft aus unserem Auto, Herr Krömer. Nicht, dass die Koffer brennen. Da kommt der Lampf raus. Hier. Scheiße nochmal. Gucken Sie mal, wie das hier sich bewegt. Das kocht. Das kocht, ja. Das kocht hier. Ja, stimmt. Wir brauchen Kühlwasser. Kühlflüssigkeiten. Das ist das immer. Ey, wieso geht das? Wieso brodelt denn das so? Da ist doch nichts. Da. Das ist auf 100. Wenn das brubbelt, dann ist das auf 100 Grad. Scheiße. Ich koche auch gleich. Die dürfen natürlich nicht bremsen, wenn ich schiebe. Dann müssen wir das Experiment Polen halt jetzt unterbrechen. Ich kann nicht mehr. fahren Sie weiter, fahren Sie weiter. Fahren Sie weiter. Ist wieder abgesoffen. Ist echt wieder abgesoffen. Schade, ich habe immer so viel Spaß im Fiat Polsky. Augenblick. In Breslau möchte ich gerne mit einer Führung durch das historische Museum beginnen. Ich habe für uns einen Termin gemacht. Aber wir haben doch angerufen auf Berlin. Wir haben noch einen Termin. Ja, jetzt denk nicht zu deutsch. Du denkst zu deutsch. Ich habe mal ein Interview gemacht mit Chris Norman von Smokey. Ja, schön. Und er ist Chris Norman-Fan. Ich mag mich, was er Chris Norman mal interviewt hat. Ich habe mein Idol. Ja, sein Idol. Chris Norman ist sein Idol. Ich habe mich rasiert. Ich habe mich so eine Waschbote. Oh, kannst du mal aufschliegen? Ja, ich bin. Ich bin gerade sehr kinderfreundlich, die Tür. Nein, ein bisschen hoch, die Klinke. Aber jetzt mal was ganz anderes. Am 19. April wurde die Ausstellung eröffnet. Die tausendjährige Geschichte. Warum bei tausend Jahren erst jetzt? Also diese Frage kann dann der Direktor beantworten. Das ist jetzt für ihn. Irgendwann ist der Direktor Maciej Wagiewski dann doch plötzlich da. Typisch polnisch. Und führt uns stundenlang überaus freundlich durch Breslaus wechselvolle Geschichte. Diese Ausstellung erst einmal dargestellt, also komplette Geschichte von Staat. Diese mehr als 3.500 Exponaten dargestellt, also etwas Abkürzungen von Stadtgeschichte. Weil kann man nicht alles zeigen, aber wichtigste Meilenstein. Kaum etwas ist ausgelassen. Hier das tragischste Kapitel. Festung Breslau, 1945. Diese Buchstabe P sind von meiner Familie. Och, wie. Weil diese welche liegen hier in Vitrine. Und diese Pole bleibt Pole, das ist auch von meinem Vater. Mein Vater bekommt diese Abzeichen auf Studentenwohnung in Danzig. Mein Vater studiert in Danzig, Technische Hochschule. Und das ganze Leben trägt also diese Abzeichen im Portfell. Und immer hat gezeigt, Warnung, Deutscher ist niemals dein Kamerad. Aber da war nicht sein Wort. Ja, 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 ja. Verstehe. Und für mich natürlich war Katharsis. Von diesem Moment, ich muss freundlich sprechen mit deutschen Freunden, Kollegen, Partner aus deutschen Museen und so weiter. Und hier ist ein tragischer Blatt. Deutsche seien volksbewusst, der Pole ist niemals dein Kamerad. Heute, also Steffen Müller und sie sind unsere Kameraden. Aber dann, damals, also Nazi hat propagiert, also Feindschaft gegen Nationen. Also ich werde diese Stadt auf jeden Fall jetzt Wurzwarf. Es gibt ein sehr gutes Buch von Norman Davis. Aber Russen hat geschrieben Breslau. Breslau, Kirillisch. Ja, stimmt. Geht? Schon okay. Viva Polonia. Diese Iglica hier, vor der Jahrhunderthalle, war so eine Art Symbol des Widerstands. Im Kriegsrecht 1981, da ist ein Kletterer, so ein Hobbykletterer, hier hochgeklettert und hat auf jedes dieser Felder einen Buchstaben draufgeschrieben, mit riesiger weißer Farbe. Und da kam am Ende Solidarność raus. Und unten die Menge hat gejubelt, aber die Miliz fand das natürlich nicht so toll und hat am nächsten Tag so einen Typ aus dem Alpenverein engagiert. Der sollte da wieder hochklettern und das alles schön übermalen mit roter Farbe. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Er hat sich da hoch abgeseilt und hat auf jeden weißen Buchstaben mit roter Farbe nochmal nachgeschrieben. Solidarność. Und als er unten ankam, direkt Handschellen. Ja, und da ist die Jahrhunderthalle. Gebaut 1913. Eingeweiht von Kaiser Wilhelm II. 5.000 Leute passen da rein. Ich hatte da auch mal einen Auftritt, aber ging voll in die Hose. Vor 5.000 Leuten? Ja, war so ein Kabarett-Ding. Vier oder fünf Kabarettisten. Jeder hatte eine halbe Stunde. Ich war der vierte. Ich war schlecht vorbereitet. Ich war nicht in Form. Politische Situation. Das wäre es noch gewesen. Die haben geschwiegen. Ich habe nichts gehört. Ich habe gegen eine schwarze Wand geredet. Und dann lieber den Abwasch machen zu Hause. Am Abend geht es zu einer Probe in die frisch renovierte Breslauer Oper. Dort treffen wir die Intendantin Ewa Mieschnik. Also ich kenne ehrlich gesagt von polnischen Opern Halka von Moniuszko. Das kenne ich noch. König Roger von Szymanowski. Und vielleicht können Sie mir helfen, Herr Kurt. Ich kenne mich mit Opern jetzt nicht so richtig gut aus. Also mit den polnischen Opern jetzt nicht so mit den... Er ist Spezialist für italienische Oper. Ach. Das ist nicht so schwer in Italien. Nein. Ein Mensch, der es gerne leicht hat. Ist diese Oper hier eine deutsche Oper oder eine polnische Oper? Ja, das ist ein deutsches Gebäude. 1841 gebaut. Natürlich, das war eine große und fantastische Geschichte, deutsche Geschichte. Aber natürlich nach dem Krieg, das war unsere polnische Bühne. Wir werden nächstes Jahr 65 Jahre jubiläum haben. Aber natürlich in ganzem Wroclaw, wir haben vier, fünf Kulturen zusammen. Das ist jüdische, tschechische, polnische, deutsche natürlich. Und sogar italienische. Wir können nicht sagen, dass es jetzt nur polnische Tradition ist. Aber ich hätte auch noch eine Frage. Es ist ein wunderschönes Opernhaus, sehr viel Gold. Sie sind hier auch Dirigentin. Ja. Sie müssen sich doch fühlen. Ich bin Intendantin, aber auch Dirigentin. Sie sind ja quasi, das ist ja wie Ihr Palast hier. Sie sind quasi die Königin hier. Nein. Die Königin bei uns, das ist die Musik. So, jetzt gucken wir uns mal ein erfolgreiches polnisches mittelständisches Familienunternehmen an. Mittelständisch? Ja. Das sieht hier aus wie bei Dallas, sag mal. Familie Kronjetz hat vor zehn Jahren ihre Baufirma verkauft, um eine vergessene Tradition der Gegend wiederzubeleben, die Winzerei. Sie hoffen auf zahlreiche Weintouristen. Tochter Morgoszata ist Weinkönigin. Nein, das ist nicht richtig. Sie müssen hier an der Stelle schneiden. Ach so, die ganze? Ganze. Ganze Reben müssen Sie schneiden. Ach so, ich habe jetzt schon eine Stunde lang hier das so gemacht. Gut, also jetzt hier so. Ja, genau. Ach so, das geht natürlich viel schneller als bei mir jetzt. Und jetzt sehen Sie, wie die Weinleiser in Polen sind. Ja. Wie stelle ich mich denn an? Gut. Ja? Sie sind sehr guter Gastarbeiter. Was würde ich denn jetzt hier die Stunde verdienen? Ähm, sie würde zehn Slotte verdienen für eine Stunde. Zehn Slotte sind 2,50 Euro. Ja. Können wir da nicht sagen, dass ich 15 Euro kriege? 15 Euro? Ja. Nein. Nein? Acht Euro und jeden Tag eine Flasche Wein. Wie wäre das? Wir werden dann bei einer Flasche Wein sprechen. Okay. Und sind Sie verheiratet? Nein, noch nicht. Aha. Wollen wir nicht mal in den Keller gehen und einen trinken? Ja. Ja, wann denn? Nach der Arbeit. Und haben Sie durch diesen Wein, den Sie hier verkaufen, haben Sie dadurch diese ganzen Häuser gekauft? Nein, wir können leider in Polen kein Wein verkaufen. Was? Wir können in Polen kein Wein verkaufen. Ja, aber Sie müssen doch Zehntausende von Flaschen im Keller haben. Ja. Und wenn ich jetzt hier arbeite? Wir machen Weinprobe für Freunde und Bekannte und die Gäste aus der ganzen Welt. Die Flaschen können wir nicht verkaufen. Aber warum nicht? Weil die Gesetze in Polen, die Gesetze sind nicht geregelt für Winzer. Ist ja heiß. Jetzt hat Herr Krömer kapiert. Solange die Gesetze nicht geändert sind, darf der Wein nur in Gläsern verkauft werden. Gut, mein Korb ist voll. Mein auch. Dann gehen wir jetzt in den Keller. Ja. Kommen Sie mit, Chefin. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht so eine schöne Chefin wie Sie. Ach, Herr Möller, wieder voll in seinem Element. Ja, Vanillequark. Beim Kuchenessen. Die Ober fließt nämlich in die Oder. Ach so. Kennen Sie Titanic? Herr Steffen? Ja? Wollen wir nicht einfach du sagen? Was, Herr Kurt? Ach, scheiß drauf. Ich bin der Kurt. Na gut. Bist du dabei, Steffen? Ja. Kurt, ich mag dich. Wenn man wegfährt nach Hause, dann bringt man in Polen immer seinen Lieben was mit. Ein Geschenk. Müssen wir jetzt schon gehen? Ja. Irgendwann. Wir sind zehn Tage unterwegs, mein lieber Kurt. Ist alles schon vorbei? Ich möchte aber gar nicht gehen. Steffen. Kurt. Wir müssen. Wir müssen. Nimm noch was Schönes mit für deine Freunde. Mein Name ist Krömer. Ich fahr wieder nach Hause, nach Berlin. War schön hier gewesen bei euch. Tschüss. Eisbärenfälle. Original Eisbärenfälle. Hier, polnische Wurst. Ist doch das ideale Mitbringsel. Oh ja. Sind das Krakauer? Kabanossi. 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 Nee, lieber Wurst. Haben Sie auch Krakauer Wurst? Haben Sie auch Wurst? Krakauer Wurst? Was soll ich nicht gesehen? Rot? Ja, genau. Das ist die original polnische Wurst. Können wir mal ein bisschen was kosten? Ja. Das schmeckt. Nee. Lecker. Ach. So was findet man in Berlin nicht gut. Boah, ein dickes Stückchen. Danke. Cenkie. Ich auch ein Stück. Mhh. 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 Então, die ist lecker. Heiß Lotte. Die importieren immer ihre Wurst aus Polen. Export-Schlager. Neben der weltbesten Wurst haben wir Polen auch den Wodka erfunden. Und wir exportieren ihn. Genauso wie zum Beispiel Honig, Möbel und Motoren. Früher, in Zeiten des Kommunismus, war ein ganzes Auto, unser Fiat 126P, der polnische Export-Schlager. Heute sind es wir Polen selbst. Unsere gut ausgebildeten Akademiker gehen nach Großbritannien. Und nach Deutschland kommen unsere günstigen Saisonkräfte. Aber auch, und da können sie Deutsche dankbar sein, unsere besten Fußballspieler. Und weißt du was? Den Kanister lasse ich hier. Das ist eine schwachsinnige Aktion, in dieses wunderschöne Land zu kommen und einfach nur zum Tanken. Verstehst du? Gerade in meiner Situation. Ich habe nicht mal ein Auto. So, ich werde den jetzt hier ins Wasser schmeißen. Verstehst du? Weil ich damit auffordere, dass die Leute, die nach Polen kommen, in das Land reingehen und nicht nur an der Tankstelle anhalten. Auf die deutsch-polnische Freundschaft! Ey, das war ein Meisterwurf. Das hat symbolischen Charakter. Grüß Berlin von mir. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020